Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Abyss, die Geister von Eden. Ja, wir haben ja in der letzten Folge uns die Aufzugsschlüsselkarte geholt. Und jetzt werden wir mal fleißig zum Aufzug gehen. So, weil was anderes können wir glaube ich... Ne, können wir im Moment nicht machen. So, da ist der Aufzug. Dann schauen wir mal, dass wir da jetzt mitfahren können. So, und zack. Wow, uns fallen schon die Leichen entgegen. Aber gut, wir gehen trotzdem mal in den Aufzug rein. So, was können wir jetzt... Ah, wir können jetzt den Hebel ziehen. Ja. Ja, jetzt fahren wir nach unten. Ah, da ist dieses besagte Albion Hotel. Schauen wir mal. Okay, neues Ziel, die Zugbrücke. Dann schauen wir mal, was finden wir denn hier heute. Wir haben hier ein Bild. Der Brunnen ist schon wieder kaputt. Repariere ihn, wenn du mit der Brücke fertig bist. Okay. So, was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Können wir auf die Seite legen. Die Handschuhe. Oh, ah. Guck mal einer an. Was haben wir denn da? Ein Sägeblatt. Und wir haben... Ja, wir haben das Ventil gefunden. Supi. Das können wir gut gebrauchen. So, was haben wir denn noch? Und wir haben... Was haben wir da? Was ist das? Hallo? Okay, was war das denn? Ah, eine Sicherung. Ja, sehr gut. Liebe besiegt... Was? Ach, Liebe besiegt alles. Für meinen geliebten Robert. Okay. Was haben wir hier? Okay, da fehlt uns... Ja, sieht aus, als ob ich Ersatzteile bräuchte. Gut. Da hat schon mal jemand versucht, das Tor zu sprengen. So, dann würde ich sagen, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen gefunden. So. Okay, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Und es sieht so aus, als würde Robert gefangen gehalten werden. Kehr um, oder er ist der Nächste. Gut, das ist eine eindeutige Warnung. So, dann gehen wir jetzt mal zum Platz zurück. Äh, ja, hier können wir jetzt rein. Legaten beobachten euch. Ja. So. Ah, ne, das ging ja nicht. Da hatten wir ja noch keinen Strom. Gut, dann müssen wir da nochmal rein. Ja, genau da, da fehlt uns die Sicherung. So, schwapp. Okay, was haben wir denn da? Ah, was haben wir denn da? Die Verschlüsse lassen sich nur mit speziellem Werkzeug öffnen. Ja, das haben wir aber nicht. Leider Gottes. Nein, das haben wir nicht. Scheiße. Okay, egal. Wir haben aber Strom. Strom ist gut. Gut, so. Und los geht's. Es hat sich ein neuer Weg aufgetan. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn? Wir haben noch ein Ventil. Jetzt würde ich sagen, wir schauen mal eben, was es hier noch gibt. Aha, aha, wieder. Ich vermute mal, da ist ein Wimmelbild wieder dahinter. Hier haben wir ein Buch. Oh, wir haben eine neue Seite gefunden. Wir müssen das Hoteltor in die Luft sprengen und alle Gefangenen aus dem Albion befreien. Ich habe diesmal mehr Sprengstoff gesammelt. Die Verstecke sind auf der Karte markiert. Okay. Gut, das ist schon mal wieder ein neuer Hinweis. Schauen wir mal, was war denn? Ah, wir haben hier. Wunderbar, wunderbar. Eine Libelle. Okay. So, dann haben wir ein Frosch. So, ein Sichel. Das können wir aufmachen. Was können wir denn hier mitmachen? Vielleicht die Blätter schneiden? Ja, wir können die Blätter schneiden. Oh, und da haben wir. So. Wow, da ist der nächste Frosch. Okay. Und da ist noch ein Frosch. Gut, was haben wir denn noch? Den Handschuh, den haben wir da. So. Dann haben wir eine Eierschale. Mhm, mhm, mhm. Die Eidechse haben wir auch gefunden. Ja, das ist schon mal was. So, was haben wir da? Das geht gar nicht. Ah, die Drahtrolle haben wir. So. Okay, und das Eichhörnchen haben wir auch. So, die Languste haben wir. Da ist noch eine Eierschale, ne? Ja, und da ist noch eine. Gut, dann machen wir jetzt noch das Schalentier. Die Spinne. Da ist die Spinne. So, wo ist denn die Schnecke? Da ist die Schnecke. So. Und es fehlt noch das Schalentier. Und da war es. Jawohl, wir haben es geschafft. Und wir bekommen Draht. Ah, wahrscheinlich für den Sprengstoff. So, was haben wir denn hier? Das ist etwas hinter dem Efeu. Wenn ich ihn nur durchschneiden könnte. Gut, wir können das im Moment gar nicht. Gehen wir mal zurück. Und was haben wir hier? Oh, wir haben eine Schüppel gefunden. Das ist auch nicht schlecht. So, zum Gewächshaus. Ja, da können wir ja mal schauen gehen. Okay, okay, okay. Ich werde tagelang suchen, wenn ich keine Anweisung finde. Ja, das glaube ich auch. So, sonst haben wir hier nichts. Gehen nach rechts, gehen nach links. Ja, bestimmt. Zum Baum. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und noch einen. Dann gehen wir noch einen zurück. Weil... Ja, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall ist die Leiche weg. Gut, jetzt gehen wir erstmal zum Brunnen zurück. Genau, hier fehlt uns das Ventil. Woll, wir haben wieder ein neues Teil gefunden. Schön, was haben wir denn? Was ist denn das? Ein Medaillon. So, jetzt ist die Uhr runtergekommen. Und wir haben ein neues Wimmelbild. So, und da haben wir Geld. Okay. So, das war Zugstangen. Dann haben wir einen Papierbecher. Hm, welchen Papierbecher? Zahnrad. Zahnrad ist hier. Okay, da ist noch eins. So. Eine Dose. Können wir die eigentlich? Achso, okay. Dann öffnen wir mal den Kühlschrank. Und stellen mal das da rein. Jawohl. So, dann haben wir das auch. Was haben wir denn jetzt noch? Mhm, Ahornsirup. Wo haben wir den denn stehen? Gut, da war der Ahornsirup. So, dann haben wir eine Fee da. Die habe ich auch gesehen. Die ist da, ne? Nein, die ist da nicht. Eine Fee, das müsste die sein. Jawohl. So, eine Kappe. Ein Zeiger. Ja, das geht sehr richtig. Oh, da ist noch ein Zahnrad. Da ist noch ein Zahnrad. Rauchen verboten. Das ist da. Jawohl. Okay. Jetzt fehlt uns noch der Schirm. Der Schirm. Wo ich im Moment gar keine Ahnung habe, wo der sein soll. Doch, da unten sind sie doch gut versteckt. Jawohl. Schön. Auch geschafft. Oh, wir haben ein neues Objekt. Ein Zahnrad. Jawohl. So, jetzt können wir rein theoretisch zurück zum Hotel. Genau, jetzt sind wir im Aufzug nach oben. Ja, und dann... Nein, das ist ein bisschen blödsinn. Wir sind ja nicht nach oben, wir sind ja nach unten. So, dann können wir jetzt eigentlich den Sprengstoff legen. Aber erst müssen wir mal, ja... das Zahnrad einsetzen. So, die Zugrücken runterlassen. Ja, was ist das? Das ist eine gute Frage. Wollen wir mal zum Tor gehen? Neues Ziel, das Tor. Was haben wir denn hier? Dieses Tor ist arg beschädigt vom letzten Sprengversuch. Aha, dieses Tor... Das hatten wir ja schon. Okay. So, dann setzen wir, glaube ich, jetzt mal unseren Sprengstoff hier hin, oder? Ich sollte den Sprengstoff erst am Tor einbringen. Ja, das habe ich ja vor. Ach so, ich brauche... Ja, wir haben ja gar keinen Sprengstoff. Und wir haben ein neues Teil. Ja, wir haben die vier Teile. Ja, super. Dann können wir das jetzt zusammenbauen. Okay, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann müssen wir jetzt erstmal die Karte uns zusammenlegen. Gut, das machen wir jetzt dann einfach mal. Bis zum nächsten Mal.